Leute, hallo. Ich muss euch leider mitteilen, dass der Geocache gestohlen worden ist. Zumindest ist er nicht mehr da. Hier war er versteckt. Ist nicht mehr da. Dann hoffe ich ehrlich, dass die Finder die Erste-Hilfe-Päckchen nie brauchen werden. Ansonsten wünsche ich ihnen, dass sie es wenigstens gut anlegen können. Hiermit nenne ich also diesen Geocache derzeit als geschlossen. Tut mir leid für alle, die sich noch hier ein Erste-Hilfe-Päckchen abholen wollten. Sowas finde ich schade, aber kann ich nichts anders machen. Mit Rücksprache von Markus erkläre ich also denen jetzt für geschlossen. Macht's gut Leute und wir sehen uns auf YouTube. Ciao.